Hey ihr Hüllenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Endergangs, wir spielen heute das Kit Teleporter und es sind zwei Abonnenten hier in der Runde und zwar der Ultra Guardian und der Nick Style 354 Party, ja, ähm, warte, Slash, Party, ja, nehm ich, ähm, zwei Sekunden geht's los und ich hoffe einfach mal, dass ich hier was Gutes bekomme, okay, nein, scheiße, ich hab nur drei Leder bekommen, äh, was ist hier los, was ist hier los bei mir, ähm, auf jeden Fall, ich find das mega krass von euch Leute, wenn ihr einfach, ähm, wenn ich hier einfach spiele und ihr schreibt mich dann so an, so, ey, bist du bummstoggie und, ähm, es ist ja dann meistens zu, dann lade ich einfach die Leute in die Party ein, dann können die dabei sein, wenn ich spiele, wenn die Bock haben und jetzt hab ich noch ein paar Screens gemacht, ähm, ich blende euch das hier einfach mal ein und, ja, dann wisst ihr einfach mal, wie das so ist, wenn ich hier, spiele, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, voll arg, mir rennen alle Leute nach und wollen einen Screen, nein, aber es kommt schon das ein oder andere, äh, das ein oder andere Mal vor, dass die Leute einen schönen Screen haben wollen und, ähm, ja, da steh ich auch gerne zur Verfügung, ich mein, ich find das toll, toll, es vibriert mein Handy, durchgehend, ja, geil, Vibrationsalarm, Vibrationsalarm, ähm, ich find das, ich find das einfach nur krass, ich mein, erstens, wieso sollte man von mir ein Auto, ähm, ein Screen wollen, ich mein, ich bin doch nur ein normaler Spieler, gut, doch, Screens verstehe ich noch eher, aber Leute, ihr braucht echt nicht nach Screens zu fragen, macht einfach einen Screen, stellt euch am besten neben mich, ihr könnt natürlich sagen, ähm, ob ich mich schnell hinstellen kann, weil, ihr würdet gerne einen Screen machen, aber ich kann euch das ja auch nicht verbinden, einen Screen zu machen, ja, oh, da hab ich ihn noch schnell down, oh, da hatte ich jetzt aber kurz Glück, ich dachte, jetzt hat meine letzte Stunde geschlagen, aber, da hab ich ihn wohl besser getroffen, da hinten, sind ein paar Leute, da mische ich mich mal, oh, nee, es leckt, es leckt, ja, klar, jetzt bin ich der Abstauber, jetzt bin ich wieder der Abstauber, ja, ich bin, okay, ich dachte, ich wäre jetzt ein Abstauber gewesen, ich wollte doch ein Abstauber sein, aber, ist schon okay, so, erst mal, boah, erst mal hier schön alles looten, ja, von den Kisten, erst mal hier schon alles looten, und zwar habe ich was anzusprechen, und zwar, ich möchte gerne so eine, ähm, demnächst mal so eine große Community-Aktion machen, vielleicht streame ich dann nebenbei, ich hab noch nie gelivestreamt, das muss ich erst mal hier dazu sagen, und vor allem, ähm, kenne ich auch gar kein Programm für Mac, dass das irgendwie unterstützt, kenne ich leider nicht, oh, da habe ich ihn tot, da, das hat, das, ähm, war jetzt ein ziemlicher Glücksfall, ich glaube, dass sich gerade die zwei Abonnenten getötet haben, und einer jetzt gerade geschrieben hat, das wirst du bereuen, ja, ich grüße euch hier nochmal, ähm, euch beide, ihr seid echt krass, oh, ich habe meinen Tracker weggeworfen, sowas aber auch, ähm, habe ich genug Eisen, ja, ich kann mir also eine Hose machen, ja, Leute, und dann mache ich mir noch dir Schuhe, äh, hä, also, manchmal denke ich mir echt, alter, ich, ich, ich crafte im, in Zeitlupe so langsam manchmal, aber, gut, was soll man machen, ich, ich war heute einfach heute lange wach, es ist einfach so, ich habe was durchgemacht, ja, ich habe was durchgemacht, und da müsst ihr mir einfach mal verzeihen, wenn mal eine Runde nicht so perfekt ist, ne, ja, Leute, da müsst ihr mir einfach mal verzeihen, ja, und, ähm, am besten, ich packe euch einfach mal meinen Twitch-Link in die Videobeschreibung, ähm, ich habe einfach noch nie gestreamt, deswegen weiß ich auch nicht, welches Programm dafür irgendwie gut wäre, oh, wow, was war das jetzt, okay, jetzt muss ich warten, bis ich geportet werde, denn das war jetzt ja richtig knapp, der hätte mich jetzt ja richtig fast down gehabt, ich renne jetzt einfach mal davon, bis ich geportet werde, ich, okay, jetzt bin ich einfach wieder komplett geheilt, Leute, und unverwundbar, das heißt, ich werfe eine Ender-Perle, ja, kein Schaden bekommen, nein, es läuft auf jeden Fall, okay, ach so, der hatte da nur Nemesis oben, deswegen dachte ich mir schon, okay, ähm, wenn er mich hier jetzt gut trifft, dann bin ich tot, aber er hatte ja kein Schärfeschwert, von dem her war das nicht so schlimm, ja, ich packe euch einfach mal meinen Twitch-Link in die Videobeschreibung, dort könnt ihr mir einfach folgen, und wenn ich dann streame, lade ich auf jeden Fall auch ein Video hoch, und dann gehen wir einfach mal alle gemeinsam mit einem Team-Speak, und, ähm, ja, spielen einfach ein bisschen miteinander, also ich hätte da mega Lust drauf, lasst ein Like da, wenn ihr da auch Bock drauf habt, und schreibt mir einfach schon mal ein paar Spiele, die wir da gemeinsam spielen könnten, es leckt unheimlich bei mir, also, das ist nicht so geil, also, heute ist irgendwas los mit meinem Internet, heute ist irgendwas mit meinem Internet los, das kann's ja nicht sein, ja, das kann's ja wirklich nicht sein hier, ähm, ja, bei euch auch Legs, ja, also liegt's doch nicht am Internet, also liegt's am Server, ja, okay, gut, ja, schade, ne, also, ich bin einfach mal gespannt, ob wir hier jetzt noch vielleicht die Runde reißen können, oh, da bekämpfen sie sich mit dem Bogen, aber er siebe ich ja nicht von hinten, dann hol ich mir zuerst ihn hier, oh, er ist ein Känguru, das wird übel, okay, ich hab mich aber wieder schön gelöscht hier, ja, Kängurus mit dem Bogen sind halt auch einfach stark, da kann man sagen, was man möchte, ähm, ich brauch, ich brauch einfach, nein, er trifft mich besser, okay, nein, nein, ich möchte nicht sterben, bitte nicht, ich möchte nicht sterben, ich geh, ich, 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 ich geh einfach jetzt mal davon, ähm, die sollen sich jetzt erstmal hier bekämpfen, ich, ich kann das jetzt einfach nicht machen, aber ich muss geportet werden, stimmt, dann bin ich doch unverwundbar, stimmt, okay, dann muss ich jetzt noch ganz kurz auf den Port hier warten, porte doch, bitte porte, porte mich, dann bin ich nämlich unverwundbar, hä, ja, jetzt wurde ich geportet, und jetzt muss ich mich beeilen hier, jetzt, werfe ich am besten eine Enderperle, denn ich bin ja unverwundbar, ähm, okay, das ist das Känguru, wahrscheinlich kriegen wir es nicht mehr, oder vielleicht doch noch, ich weiß es nicht, keine Ahnung, und es ist fast tot, das Känguru ist fast tot, Leute, es ist fast tot, noch ein kleines Stückchen, noch ein kleines Stückchen, oh, das ist darunter gefallen, oh, nee, das ist ja natürlich jetzt doof, das ist natürlich jetzt doof, hä, wie konnte es das denn bitte schon überleben, das Känguru, wie konnte es das Känguru denn das hier nur überleben, hä, hat er nicht schon so viele Schaden bekommen, dass er eigentlich tot sein müsste, oh, das war dann sehr überraschend, GG, ähm, wer war das denn, ähm, das war der Burning Light, okay, gut, ähm, gut, endlich mal einer, der mich nicht als Hacker bezeichnet, boah, ich hasse solche Leute, die doch einfach immer und immer wieder hier irgendwie meinen, mhm, hallo, ich hecke, oder, was weiß ich, ähm, ich dreh noch schnell die Verabschiedung, 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 Alter, was ist los mit mir, ich kann ver, verabschiedigendung, okay, fail, äh, ich kann heute kein Deutsch mehr, was ist hier los und auch keine Rechtschreibung mehr, verabschiedigendung, bin ich dumm oder so, hier drin ist einfach so warm, Leute, hier drin ist es einfach so warm, ich sterbe fast, mhm, auf jeden Fall, möchte ich hier noch ganz kurz auf, zehn, 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 zehn Chunks stellen, okay, ich sollte öfter schlafen gehen, ja, ich sollte lieber länger schlafen und mich dann besser konzentrieren können, denn, ähm, ja, Leute, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, welchen Spielmodus wir spielen könnten, wenn ich diese Aktion machen würde, ähm, und, ja, und schreibt mir einfach mal dazu, ob ich mal streamen sollte, ihr wollt, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ähm, wir sehen uns dann entweder heute Abend wieder oder morgen, das sehen wir dann, und ich würde einfach mal sagen, Leute, ich grüße noch alle meine hübschen Abonnenten da draußen, haut rein und ciao, tschüss, Bis zum nächsten Mal.